Hallo, mein Name ist Magda Leda. Alle nennen mich Magda. Ich bin das erste Mal hier in Köthen. Und ich habe schon sehr viel von dieser schönen Stadt Köthen gehört. Oh, welch kunstvolle Kühe! Ey, springen Sie von der Kuh runter. Das ist ein Wahrzeichen von Köthen. Wissen Sie etwas über diese Kühe? Ich weiß nicht viel darüber, aber wir haben in Köthen ca. 50 Kühe. Oh, die ist ja cool. Die erinnert mich an die WM 2014. Entschuldigung, könnten Sie mir vielleicht etwas über die Kühe sagen? Hallo, ich bin Frau Stein. Ich habe mit meiner Klasse in der Projektwoche Plakate über Köthen gemacht. Dort finden Sie wichtige Infos über Köthen, aber auch über unsere bunten, farbenfrohen Kühe. Köthens Großbauern und Ackerbürger hielten frühzeitig landwirtschaftliche Märkte. Somit machten sie die Stadt über die Landesgrenze als Kuhköthen bekannt. Die Kühe kamen also durch die Landwirtschaft nach Köthen. Hundertprozentig ist man sich da aber nicht sicher. Ich habe sehr viel gelernt über die Köthener Kühe. Ich schaue noch weiter rum. Ich wünsche euch noch liebe Grüße aus Köthen. Eure Magda. 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 Vielen Dank.